jo leute es geht weiter und ja es geht weiter mit dem wo bin ich denn okay jetzt fangen wir also von oben an so läuft das so okay Spikes! Spikes sind böse. Wisst ihr das, Leute? Spikes sind böse. Haben wir nicht unter Spikes geraten. Und du stirbst. Bam. Okay. Okay. Oh. 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 Dann werden alle von mir getötet. Ah, sorry. Du fängst ja wohl. Hau ab. Lass mich in Ruhe. Bam. Jetzt belästigt er mich nicht mehr. Halleluja. Halleluja. Aha. You don't get me. Und hier ist Quakuma. Halleluja. Und wir sind da ganz happy. New Record. Irgendwie ging das schon ein bisschen schnell. Aber es gibt ein Secret Exit. Nein. Warum muss es Secret Exit an den blödesten Leveln geben? Dieses Level mag ich nicht. Das ist böse. Ich mag das Level nicht. Das ist böse. Na, stopp. Aha. Und jetzt geht es wieder runter. Bla, 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 bla. Nothing. Special. Ah. Gut. Why I have put that switch? I don't need that fucking piece of shit. Well, whatever. Ich informiere euch, wenn ich es geschafft habe. So, Leute. Jetzt werde ich euch zeigen, wie man zu dem Secret Exit kommt. Ähm. Ja. Ist es hier von hier aus? Nein, ich glaube nicht. Ähm. Ich muss von einem bestimmten Punkt aus fliegen. Hier vielleicht? Nein. Ich muss nur durchspringen. Scheiße. Was kommt davon, wenn man sich nicht mehr erinnert? Cust meinem Gedächtnis, Leute. Cust meinem Gedächtnis. So. Ab, 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 ab. Ich, ab, ich hab doch... Das ist mal wieder typisch. Ich drücke was, aber die Tuse macht nix. Leute. Es ist so schwer für euch. Aha. Ja, stopp, 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 stopp. So, von hier aus muss man fliegen. I remember. Ah. Stupid thing. Wow. Wood, wood, wood. Ich hab's doch noch geschafft. Wow. Ich dachte schon, mein letztes Stücklein hätte geschlagen. Na dann. Und das hab ich auch hingekriegt. Zweiter. Wird nur hier, in dieser Reihe, das da. Und das kommt... ...in 100 Jahren. Nee, nee, Quatsch. Gleich werdet ihr sehen, was sich hinter dieser Tür verbirgt.